So, ich würde doch tatsächlich sagen, hier sind noch ein paar versenkte Ziegel drin. Ich würde sagen, wir müssen mal noch mal ein bisschen, ähm, das können wir schon mal anbringen. Dann können wir hier jetzt das hinstellen. So. Und dann machen wir einmal noch mal so ein Ding hier. Zack. Und einmal den Tisch. Da ist er. Gusstisch. Den nehmen wir mal mit. So. Das kommt da hin. Und das kommt da hin. Gut. Dann haben wir das auf jeden Fall auch schon mal. Und wir brauchen auf jeden Fall Lava. Aber die sollte jetzt eigentlich schon so funktionieren, oder? Ne, klar. Geht noch nicht. Fehlt Lava. Okay, das Glas. Warte mal, das Glas tue ich jetzt mal eben einmal hier. Wieder ganz kurz rein. Wir haben noch 48 Blöcke. Oben waren auch noch welche, glaube ich, ne? Wir waren noch 32. Da waren keine mehr drin. Das heißt, wir haben jetzt noch 64 plus 16. Macht 16. Ja, das reicht niemals. Das reicht niemals. Schwarzer Granit, Pflasterstein. Der könnte eigentlich nach oben hin, ne? So. Schwarzer Granit. Kommt da hin. Zack. Gut. Dann glaube ich, wir müssen mal wieder auf eine Reise gehen. Wir müssen leider wieder reisen. Es tut mir zwar sehr leid, aber es fehlt definitiv Kies und Lava. Und wahrscheinlich auch Ton. Also Lava fehlt auf jeden Fall. Ansonsten können wir das Ding hier gar nicht in Betrieb nehmen. Ich sollte nicht hier reinspringen. Ich komme nicht mehr wieder raus. So, okay. Ähm, gut. Wir brauchen auf jeden Fall Kies. Da kommen wir jetzt nicht drum rum. Und Ton. Kies und Ton wüsste ich schon, wo ich den herkriege. So, dann nehme ich mal eben das hier mit. Dann nehmen wir das mit und das mit. So, dann gucken wir mal, da sind noch ein paar Schippen drin. Ich greife mal eben ganz kurz hier in mein Inventar rein. Und nehme mal so ein bisschen hiervon noch mit. So, noch ein paar Schippen hier. Ähm. Ein paar Spitzhacken nehmen wir noch mit. Und die Äxte, ein Ofen, eine Werkbarn. Anfang, das Schwert. Ah, ey. So. Zack. Den Atlas. Ähm. Da hab ich hier noch Fackeln. Da haben wir auch keine mehr hier drin. Dann nehmen wir mal... ...Stickys... ...und Kohle. ...Stickys, Kohle. Machen wir nochmal... ...einen... ...kann dann machen wir nochmal zwei Sticks Fackeln. So. Dann... ...packen wir das da rein. Und die Stickys da rein. ...jut. Äh. Äh. Was wollte ich noch? Was wollte ich noch? Eimer. Eimer. Sieben Stück. Reichen sieben? Ähm. Reichen sieben Eimer? Wie war denn noch mal ein Eimer? So, ne? Ja. Komm, machen wir mal zwölf. ...drei, drei, drei, vier, fünf. Machen wir mal einfach zwölf Eimer. So, dann kommt hier die, äh... ...das Eisen wieder weg. Eisen kommt da rein. ...das Glas lasse ich auch so lange noch hier. Zack. Die Truhe. Beziehungsweise die beiden Truhen... ...können da nochmal rein. Das Holz brauche ich im Moment auch nicht. Schwarzeichenholz. Und Schwarzeichen... ...Stufe. So. ...jut. Dann... ...haben wir, glaube ich, erstmal alles... ...das Schwert nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Zack. Ähm. Rüstung. Ach, ne. ...und Stiefel können wir hier lassen. Super. Sehen die aus. Jut. Dann machen wir... ...ja, mal zu. Cheezys. Nehmen wir gerade auch noch ein paar mit. So, Cheezys kommen hier rein. Ich denke auch, dass es tatsächlich gar nicht so lange... ...so lange gehen wird. Wir brauchen halt nur... ...Kieston und Lava. Und ich weiß auch schon... ...wo ich anfangen werde zu suchen. So, jetzt machen wir erstmal einmal ganz kurz wieder... ...Optionen. Die Monster wieder an. So, was steht hier? Rohes Gras. Okay. ...Jut. Dann... ...gucken wir mal. Also Ton... ...ist auf jeden Fall im Wasser. Und hier liegt auch schon Kies. Was sieht denn? Über den ersten Kies schon gefunden. So, das ist alles kein Kies hier. Das ist Andesit. Das ist auch Andesit. Sieht nur halt fast aus wie Kies, ne? So, da ist ganz viel Kies. Zack. Das war die erste Schuppe. Wir bauen einfach hier den ganzen Strand mal... ...ganz kurz ab. So, einmal auftauchen. Holen wir gerade ganz kurz ein bisschen Kies mal eben. Zack. Das geht auch ganz schnell. Zack. So. Was kriegen wir denn? Guck mal, sind schon 36. Das geht hier quasi... ...Rucki-Zucki. Okay. Okay. So, das hier noch weg. Haben wir doch gleich schon... Oh, auftauchen, auftauchen, auftauchen. Haben wir doch gleich schon wieder ein Stack hier. So. Wieder auftauchen hier schnell. Zack. Zack. Gut. Wie viel Kies haben wir jetzt? Gieß, 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 Gieß. Ein 64er Stack. Da können wir die schon tun. Das ist ja perfekt hier. So. Gieß. Quasi alles direkt vor der Tür. So, schnell einsammeln. Gut. Das ist alles schon mal no problem. Langsam wird es dunkel. Ja, zack. Mal kurz gucken. Ah, Ton haben wir auch schon wieder einen ganzen Stack voll. Es wird dunkel. Ich gehe mal eben gerade... ...ganz schnell nach Hause. So. Es ist ja zum Glück nicht so weit. Von daher können wir auch eben zu Hause pennen. Brauchen wir gar nicht das Bett irgendwo aufstellen, ne? So. Händen wir mal zu. Da ist zu. Mal eben Röntchen schlafen. So. Aufpassen, dass hier keine Viecher kommen. Na, noch sehe ich nichts. Da ist die Spinne. Na komm. Na komm. Ciao. Hier habe ich auch gerade schon wieder... ...zwei Markis übersehen. Dann haben wir das hier. Zuckerrohr wächst auch so langsam. Ich habe hier mal ein bisschen Zuckerrohr angebaut. Zwischendurch. So, da haben wir noch ein bisschen Kies. Den nehmen wir mit. Zack. Dann haben wir aufgetaucht hier. Okay. Reichen zwei Stacks denn überhaupt? Ich weiß es tatsächlich gar nicht. Ich will mit zwei Stacks auskommen. Kies. Ey, die Strömung hier. Die reißen mich mit. So. Zack. Hier ist noch ein Kiesblock. Da ist noch einer. Gut. Dann haben wir das. Wie viele Kies haben wir jetzt? Einen und 43er Stack. Dann haben wir jetzt auch noch Kies. Sogar jede Menge Kies. Ach, guck mal. Herrlich. Vielleicht kommt Wasser. Jetzt. Okay. So. Dann können wir jetzt eigentlich... Ja, das hat mir fast gedacht. Was passiert. Aber ist nicht schlimm. Alles gut. Wir bauen hier fleißig unseren Kies ab. Oder jetzt wieder fast drei Stacks hier, oder? Jetzt mal wieder auftauchen hier langsam. Aua. Au. So. Das ist doch... Das ist doch jede Menge hier. Das wir da einsammeln können. Ja, tauch auf. Nicht sterben. Oh, bitte nicht sterben. Alter. Hä? Hä? Ah, wie geil. Das ist eine Wasserblase. Beziehungsweise eine Luftblase. Tauch auf. Ich müsste mal eben ganz kurz einmal warten hier. So, was haben wir jetzt hier? 53, 64. Okay. Das wird natürlich immer noch nicht reichen. Ich denke mal, wenn wir vier Stacks haben, dann sollten wir... Reichen vier Stacks? Oh, 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 oh. Ich müsste ein bisschen besser darauf achten, glaube ich. Dass ich hier nicht so dämlich sterbe wieder. Das wäre echt... Das wäre echt kacke. Auftaufen, auftauchen. Uh. Okay. Das war die Schippe. Warte mal, wir haben da noch ein paar dabei, oder nicht? Ja. Da ist noch eine Schippe. So. Eins, zwei, drei... Drei Stacks Kies haben wir schon. Na gut, da können wir ruhig noch ein paar mitnehmen hier. Ein paar Kiese. Dann machen wir hier die vier Stacks voll und dann... Sollte das erst mal reichen, oder? Au, 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 au. Wieder vergessen zu gucken. So. Ich meine, ich weiß ja jetzt, wo noch was liegt. Das ist ja auch gar nicht so weit weg. Vom Haus. 35. Und die kann man easy hiervon abbauen. Dann brauchen wir nämlich jetzt einmal nur ganz kurz hier runtertauchen. So, zack. Und die alle einsammeln. Jut. Kies abbauen ist natürlich jetzt nicht so eine spannende Aufgabe. Äh, 56er. So. Hier noch ein bisschen was mit. Zack. So, was haben wir jetzt? Ja, jetzt haben wir... Genügend, denke ich mal. Jetzt bräuchte ich mir noch ein bisschen Ton, ne? Glaub ich den Ton. Ich habe hier schon den ganzen Ton abgebaut. Muss ich ehrlich zugeben. Ähm... Zumindest ein Großteil des Tons. Hier liegt noch ein bisschen was rum. Zack. Ich nehme noch ganz kurz mit. Bräuchte mir dann theoretisch auch drei Stacks von. So. So. Was haben wir jetzt hier? Äh... 60 und 40. So. Ah, hier ist auch noch... Ah, hier ist noch Kies ohne Ende. Also Kies sollte, denke ich mal, nicht das Problem sein. Das Problem ist, denke ich mal, den ganzen Schlunz zu sammeln. Das wird eher schwierig sein. Alter, das Ton. So. Zack. Und ab nach oben. Nein, 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 zu spät. Oh. So. Ton, 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 Ton. Auftauchen, auftauchen. Okay. So. Die Reihe nehmen wir noch ganz schnell mit hier. Und dann die auch noch hier. Zack. Oh, wie langsam er auch immer auftaucht. Eins, zwei, drei. Äh. Eins, zwei, drei. Vier Stacks Kies. Also, dann brauchen wir noch ein bisschen Ton. Zack. Zack. Ja, warte. Dann können wir noch mal ganz kurz auftauchen hier. Komm, mach schneller. Mach hin. Mach hin. Mach hin. Mach hin. Boah. 36. So. So. Komm. Geh einmal an Land hier. Ja, okay. Ja, okay. Eins, zwei, drei. 48. Ein paar brauchen wir noch, ne? Mal schnell hier noch ein bisschen Ton. Da ist noch was. Da ist noch was. Zack. Und dann müssten wir doch eigentlich jetzt unsere, ja, vier Stacks. Und die bringen wir noch schnell eben nach Hause. Beziehungsweise gehen hier eben schnell pennen. So. Oh, gute Nacht. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.